Die große Liebe hat Ekaterina Leonova noch nicht abgehakt. Zu den Wünschen der Tänzerin fürs neue Jahr zählt auch ein Traummann. Ihr Single-Dasein nimmt sie aber mit Humor. Die Spekulationen über ihr Liebesleben sind demnach nicht mehr als Gerüchte. Ekaterina Leonova hat mit ihren zahlreichen großartigen Tänzen und ihrem Charme in den vergangenen Jahren das Herz der Let's Dance-Zuschauerinnen und Zuschauer erobert. Ihres ist allerdings noch nicht fest vergeben. Ekater, wie sie gerne von Fans genannt wird, ist noch auf der Suche nach ihrem Prinzen. Auf gar keinen Fall, antwortete die 37-Jährige auf eine Frage der Bild-Zeitung, ob sie die große Liebe aufgegeben habe. Gesund bleiben, meine Familie öfter sehen und der Prinz auf dem weißen Schimmel. Seien demnach ihre Wünsche für das kommende Jahr. Familie und Freunde seien der Tänzerin sehr wichtig. Sie telefoniere häufig mit ihren Liebsten. Gerade als Ausgleich zu meinem beruflichen Leben brauche ich bodenständige Menschen und ganz viel Austausch mit denjenigen, denen ich blind vertraue und die immer für mich da sind. Ekater wolle sich zu Hause fühlen können, auch wenn sie unterwegs sei, und das schaffe sie durch die Telefongespräche mit ihr nahestehenden Menschen. Allein auf dem Badehandtuch Ekater hält ihr Privatleben weitestgehend geheim und inspiriert vielleicht genau damit regelmäßig zu wilden Gerüchten. Auch wenn es immer wieder unter Fans Spekulationen über das Liebesleben des Let's Dance Lieblings gibt, hat sie in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach betont, Single zu sein. In einer Instagram-Fragerunde erklärte sie beispielsweise Ende März humorvoll auf die Frage, ob sie einen Partner an ihrer Seite habe. Wenn ich einen Freund habe, dann genieße ich die freien Tage mit ihm. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das sie in der Türkei auf einem Handtuch liegen zeigte. Und wie man sieht. Ja, ich sehe auch keinen. Ich sehe auch keinen. Ich sehe auch keinen.